Wo geht es denn hier hoch? Wollen wir auch noch mal kurz gucken. Soll ich den Teleporter oder so? Ach dann geht es hoch zur Dings, ja zur Festung, okay alles klar. Dann nicht. Jo, was steht da rum? Okay dem will ich jetzt aber noch nicht begegnen. Oh 20 Pfeile, das war geil, ich habe nämlich keine mehr. Ich bin nicht auf der 2, da hatte ich feiern Bogen, ja genau. Achtung! Das ist eine abgelegene Hütte... ne doch nicht. Wow, was war das? Fuck, hier sind einfach Minen. Ach das sind Banditen. LOL, der ist in seine eigene Mine gelatscht. Die sind ein bisschen stärker, die Banditen. Okay, aber die holen wir uns, die holen wir uns. Was war das? Da war das. Wie lasse ich jetzt einfach alle in die Mine latschen? Na warte. Jawohl. Oh, das sind ein paar viele, oder? Die macht das, die macht das. Jawohl. Woah, 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 woah. Ich bin ein bisschen dran. Okay. Schade. Das war ja mal platt gekriegt. Ah. Das sind aber zu viele auf einmal. Muss doch noch ein bisschen stärker werden. Schade. Das wäre jetzt eigentlich saugute XP gewesen, aber... Naja. Wo ist denn das? Ich muss mir das mal merken, hier unten. Kann ich da was markieren eigentlich? Marker setzen. F. Äh. Jo, hier. So, Banditen. Passt. Was? No, hier. Dunkle. Elex. Uh. Wann. Wann. Da kommt's raus. Da kommt's raus. Es geht los. Oh Gott. So ein Nahkampf. Da war doch noch einer da. So wo muss ich hin? Ja ich bin auf einem guten Weg. Bier und Energy nehmen wir. Nehmen wir Rinder. Von Energy könnte ich jetzt eigentlich auch wieder gebrauchen. Oh. Freu ich schon. Ich hoffe die halten nichts aus. Boom. Weil die den hingefreift hat. Wo ist denn der jetzt gelandet? Da. Oh, Teleporter. Den nehmen wir mit. Wieder dunkles Elex. Sehr geil. Teleporter Leuchtturm. Hier da unten schon wieder irgendein fettes Vieh. Zu dem Leuchtturm will ich hin. Und der kommt auch schon. Und der ist gefährlich. Wow. Was ist mit ihm, ey? Achtung. Was ist denn mit ihm, ey? Der schmeißt ja Sachen auf mich. Alter. Gut. Und dem lassen wir auch erstmal die Finger. Wir gehen weiter. Da unten liegt jemand. Oh. Was war denn hier? Oh, 60 Elex. Nehmen wir mit. Beschädigtes Breitschwert. Ja, sehr geil. Was ist denn hier unten? Hier ist doch nichts. Oh, ich muss wieder da hoch. Ich muss da eigentlich nicht. Ah, wie viel XP fehlt mir. Ah, 2225. Dann habe ich schon wieder das nächste Level ab. Okay. So, links von mir sind auf jeden Fall die Minen. Gehen wir gleich hin. Gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Da oben sind Ruinen. Hm. Hm. Hey, hör mal. Ich muss bald auf eine Erkundungsmission nach Tavar. Du hattest deine Hilfe angeboten, also... Worum genau geht es? Meine Jungs und ich werden die Gebiete rund um das Vor in Tavar erkunden. Es heißt, dass die Kleriker ihre maschinellen Spione ausgesandt haben, um unsere Truppenbewegungen zu beobachten. Wenn das stimmt, werde ich diesen Klerikerschrott in Einzelteilen an ihre Herren zurückschicken. Du brauchst deine Leibwachen nicht. Ich werde mit dir gehen. Das sollte reichen. Gut, dann sag mir, wann es losgehen soll. Wir brechen dann umgehend auf. Hm. Okay, jetzt aber noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal in die Minen. Hm. Danach kann man das machen. Au. Da haben wir schon wieder einen dicken Gegner. Kommt doch. Oh, auch mehrere. Von dem will ich auch nicht gehittet werden. Oh ja. Na, er wollte schon zuschlagen. Komm, steh mal auf hier. Wo ist er? Oh, da ist er. Jetzt schon wieder statt gemacht. Super. 108 Chips, XP. Bam. Aber ich muss die alle platt machen, ne? Da sind noch mehr. 1, 2 Stück noch. Erstmal speichern. Haha. Achtung. Oh, toll. 1, 2 Stück noch. 1, 2 Stück noch. 1, 2 Stück noch. 1, 2 Stück noch. Ich muss den jetzt erstmal ablenken. Dass die dazukommen wieder. Wo ist er? Da ist er. Nein, nein. Nein. Weg. Oh ja. Bam. Fett ein Schlag. Nice. Nein, 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 nein. Das sieht schon wieder so aus, als würde er mich hinten wollen. Ja. Ich habe mir bei der Way-Off vorgenommen, Leute. Sobald ich das Let's Play hier fertig habe von Elex 2, denke ich, ich werde nebenbei auch nochmal Gothic von vorne beginnen. Und das aufnehmen. Da habe ich mega Bock zu. Nochmal alle Teile Gothic. Und auch die danach kamen, also Ryzen und Arcania. Kämpft die jetzt mal langsam wieder mit. Okay, das kann nicht immer funktionieren, ne? Jetzt bin ich dir richtig reingedodged. Okay, auf ein neues. Moin Dresscord, moin moin. Und äh, vielen, vielen lieben Dank für deine 5 Monate Keule. Dankeschön. Wie geht's dir? Oh Gott, ich hab dich nicht getroffen. Ja, dankeschön, ne? Dankeschön. Ach man, lebt uns selbst. Ja, ich hab's gut zu tun momentan. Ich hab mir ne Drohne bestellt. Äh, dann versuche ich momentan mit meiner Kamera klappzukommen. Videoaufnahmen und so'n Kram. Äh, mein Gimbal für die Kamera ist angekommen. Und ja, jetzt beübe ich mich momentan damit. Deswegen streame ich aktuell auch nicht ganz so oft. Weil dann demnächst die ersten, äh, Videos kommen werden. Also, was heißt demnächst, ich bin momentan echt viel da dran am Arbeiten. Und das dauert viel Zeit. Aber, ich fahre demnächst in die Schweiz. Und dann mache ich auf jeden Fall ein oder zwei geile Cinematic Landscape Videos. Das habe ich auf jeden Fall vor. Meine Drohne ist mittlerweile angekommen. Also, ich hab jetzt hier auch ne Drohne. Mit der ich rumfliegen kann. Und, äh, richtig geile Luftaufnahmen machen kann. Ja, und da... Das ist so das nächste, was ich jetzt angehen werde. Ich hab auch eben schon gemeint zum, zum, äh, Decks. Muss mal schauen. Wenn ich das hinbekomme. Ich hab ja mit der Kamera. Das ist die GH5 Mark II von Panasonic. Mit der kann ich live streamen. Und ich muss mal schauen, ob ich das irgendwann hinkriege. Dass ich, wenn ich mal rausgehe, weißt du, einfach aufs Land oder so. Und mit meiner Drohne rumspiele. Ob ich dann die Kamera mitnehme. Mein Handy. Und dann mit der Kamera live gehe. Und dann kann ich euch das sogar zeigen. So, ich brauch ne Spitz. Hacke. Altfaden zum Schürfen. Jawohl. Wieso ist hier eigentlich niemand? Ja, ich glaub, das wird lustig. Auf jeden Fall. Ich hab die Drohne gestern mal kurz hier bei mir im, äh, Zimmer. Oh, Pressluft haben wir. Nice. Äh, ach, im Zimmer. Ich mein, äh, draußen, äh, im Garten fliegen lassen. Boah, das Ding geht echt gut ab, also. Das macht schon Spaß. Oh, die sind alle tot. Es reicht mir. Das ist mein letztes Lock, was ich hier aufnehmen werde. Von den Setzlingsfeldern geschmissen, als schrottsammler verbannt, um in der Mine zu arbeiten. Ich sag's dir. Wer auch immer hier zuhört, das macht Red mit Absicht. Ich hau hier ab. Ich werde hier auf dich warten. Ich will losziehen und eine eigene Bande gründen. Ein paar der alten Jungs in Atheris anheuern. Mein Kram, was ich hier. Hiel voraus, ich folge dir. Den brauch ich sowieso nicht, wenn ich mich mit Überfällen über Wasser halte. Ich werde hier auf dich warten. Die scheiß Hild. Und Shorty könnte mich echt am Arsch lecken. Wer auch immer den Kram hier findet, kann ihn behalten. Und wenn du auch die Schnauze voll hast von den Berserkern, such ihn. Ich werde die glorreichen Tage der alten Outlaws wieder vorlegen. Hiel voraus, ich folge dir. Okay, bleib hier stehen. Die Luft hier scheint vergiftet zu sein. Ich sollte Scrappy davon berichten. Ah, okay, ja. Ich soll erstmal zurück. Bevor ich da reingehe. Ähm, danke to Resscord. Vielen lieben Dank für deinen Lurk. Und dann würde ich sagen, bis später. Und Dankeschön nochmal für den, äh, fürs Abo. Vielen, vielen lieben Dank. So, hier ist aber kein Teleporter, ne? Ist eigentlich ziemlich kacke. Muss ich hier wieder hinlatschen. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Ach, ich muss endlich Schlossknacken hochsetzen. Ich muss mich raus. Ist denn irgendwas wo? Ein Teleporter? Nö. Schade. Okay, also, ich soll erstmal wieder zurück zu Scrappy. Mh. Dem war auch kein Teleporter, ne? Höher. Höher. Oh, es wird langsam dunkel. Ist auch nice. Vielleicht komme ich da mal in die Truhe dran. Genau. Kann ich das jetzt abbauen? Ja, ich kann es jetzt abbauen. 120 Elex. Uh, üsch. Lohnt sich ja richtig, ey. Muss ich in meinem Rechts-Links gucken, ob ich hier irgendwo Elex-Felder finde. Hier, zack, das nächste. Habe ich die Kosten für den Skill schon wieder drinne? Und unten war eins, ja. Hallo. So. So. Oh, nice. Jo. Das machen wir auch schnell. Okay. Lehrer für Büchsenmacher und Bergbau. Ja. Perfekt. Ist der hier nicht auch irgendwo ein Teleporter? Nochmal kurz gucken. Wie doof da immerhin zu latschen. Aber scheinbar nicht. Oh meh. Schade. Dann höchstens mal hier die Brüstung hoch. Und oben schauen, ob da ein Teleporter ist. Das wäre... Ja, könnte es sein, dass da oben vielleicht einer ist. Mal gucken. Buch. Nö. Ist auch keiner. Doof. Falscher Eingang, Kumpel. Versuch dein Glück bei Garda am Haupttor. Und wenn er mich nicht durchlässt? Dann wird er wohl seine Gründe dafür haben. Hier kann ich dich jedenfalls nicht durchwinken. Wenn du es auf einen Versuch ankommen lassen willst, geh um das Lager herum. Sobald du nordwestlich von hier stehst, sollte der Eingang nicht schwer zu finden sein. Viel Erfolg. Wie sie mich alle nicht reinlassen wollen. Krass. Okay. Gehen wir nach oben. Du schon wieder? Ja, ich schon wieder. Scrappy schickt mich. Ich muss zu Fenris. Und was sollst du Fenris ausrichten? Das sag ich ihm schon selbst. Ich will es aber hören. Halt mich nur weiter auf, wenn dir die Eisenmine egal ist. Sag das doch gleich. Bevor ich dich durchlasse, erkläre ich dir die Regeln. Du kannst dich im Vor frei bewegen. Ausnahme ist das obere Viertel. Dort dürfen nur ausgesuchte Personen hin. Drängst du trotzdem dort ein, kümmern sich die Wachen um dich. Beklaust du uns, kümmern sich die Wachen um dich. Fängst du eine Prügelei an, kümmern sich die Wachen um dich. Und wenn du jemandem ein Messer an die Kehle hältst. Ich weiß, dann kümmern sich die Wachen um mich. Falsch. Dann beerdigen wir dich. Wir haben uns also verstanden. Dann ab mit dir. Was ist denn der Führung? Aber natürlich, die Führung. Aber was für eine Führung. Der Boss hat genug davon, dass ihm die Neuankömmlinge ein Loch in den Bau fragen. Lass dir also von Striker das vorzeigen, klar? Oh Mann. Ich hab nur mit einem halben Ohr zugehört, was Garda dir erzählt hat. Aber du willst sicher wissen, wo es hier was zu fressen gibt. Das und mehr kann ich dir unterwegs erklären. Es gibt sicher ein paar Sachen, die du noch nicht weißt. Okay. Wo das ist, zeige ich dir später. Auch wenn sie dich nicht reinlassen werden. Hier drüben hat Skinny seine Suppenküche. Wenn du also was zu fressen brauchst und nur wenig Splitter hast, ist er der Richtige. Willst du dir schnell was holen, bevor wir weitergehen? Hm. Nein. Nein, lass uns weitergehen. Na dann. Wir müssen nur über die Brücke. Dann sind wir im Händlerviertel. Im Gegensatz zu Skinny wollen manche von denen echten Haufen Splitter für ihr Zeug. Hier kommen ab und an auch Händler von anderen Fraktionen vorbei. Lass dich von denen nicht über den Tisch ziehen. Garda würde sie am liebsten alle rausschmeißen. Mir ist das egal. Sollen sie doch handeln. Okay. Ne, das mache ich danach. Die Taverne, jawohl. Und da sind wir schon. Am heiligsten aller Orte. Der Bar. Chloe ist die einzige, die bei der Übernahme der Berserker ihren Posten behalten durfte. Sie hat damals den Laden geleitet, als hier alles noch Wüste war. Und tut es noch immer. Hm, hm, hm. Die Berserker haben Chloe die Bar gelassen? Sagte ich das nicht gerade? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, dass sie ansonsten alles, aber auch wirklich alles umgekrempelt haben. Anfangs dachte ich, was für eine Scheiße. Ich soll mich mit diesen Waldspinnern zusammenschließen? Sagen wir es so. Ich habe mich daran gewöhnt. Ihre Regeln sind gar nicht so verkehrt. Und, meine Fresse, die Jungs hier können ein Bier brauen. Sogar ihre Rüstungen sind bequemer als die komischen Fetzen, die Baxter seinen Jungs gibt. Alles in allem bin ich ganz froh jetzt ein Berserker zu sein. Genug geschwaffelt. Gibst du mir ein Bier aus, oder sollen wir weiter? Ne, lass uns weiter. Lass uns weitergehen. Dann gibt es wohl kein Bier für mich. Ich hole mir einfach später eins. Folge mir. Wir müssen nur noch einmal am Mana-Schrein vorbei und über die Brücke. Dann sind wir auch schon im letzten öffentlich zugänglichen Viertel. Über die Heiler kann ich dir gar nicht viel sagen. Das sind Alcha, Alche, irgendwas mit Mist. Die braunen Tränke und sowas. Der Scheiß ist mir zu hoch. Quatsch mit den Typen hier, wenn es dich interessiert. Wir haben Goliath gelernt. Sie sind echt Meister ihres Fass. Alcha, Alcha, Alcha. Ach, irgendwas mit Mist. Alles, was ich weiß, ist, die machen verdammt gute Heiltränke. Könnte wetten, dass diese Jungs hier auch für das Zeug in der Bar verantwortlich sind. Die Tour ist fast zu Ende. Lass uns weitergehen. Da vorne kommt gleich der Zugang ins obere Pferde. Da dürfen nur die reichen Säcke hin. Außerdem hat Reddort das Sagen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie diesen Penner zum Chef gemacht haben. Da sind wir. Wenn du keine Erlaubnis hast, um ins obere Viertel zu gehen, solltest du mit Fenris sprechen. Nur mit seinem Okay darfst du dort rein. Oder wenn Redd persönlich dich einbestellt. Ansonsten hast du jetzt fast das gesamte Vorkennen gelernt. Hast du noch Fragen? Wo finde ich Fenris? Wo finde ich Fenris? Da brauchst du nicht lang suchen. Wir stehen direkt vor seinem Haus. Oh, okay. Falls du dich uns anschließen möchtest, musst du mit ihm reden. Redd hat hier das Sagen? Vielleicht kennst du ihn noch unter dem Namen Crazy Redd. Den Namen hat er sich verdient, nachdem er sich vom Schlamm aus seinen Weg nach oben gemordet und getrickst hat. Das scheinen nur alle vergessen zu haben. Eins muss man ihm lassen. Der könnte sogar einen Stein zum Schwimmen überreden. Ach, halt mal. Eine Sache noch. Ich vergesse das jedes Mal. Ich bekomme noch ein paar Splitter von dir. Für die Tour. Lol. Von Bezahlung war nie die Rede. Hätte ich vielleicht erwähnen sollen, aber... Hättest du die Tour dann gemacht? Abgesehen davon habe ich es vergessen. Also was jetzt? Zahlst du oder nicht? Ich habe keine Splitter. Das ist nicht mein Problem. Du gibst mir kein Bier aus und hast jetzt nicht mal den Anstand zu zahlen? Glaub nicht, dass ich dich so einfach vom Haken lasse. Das merke ich mir. Hättest du dir jemals vorstellen können, dass dieses Outlaw verseuchte Wüstenkaff mal so aussieht? Oh mein Gott. Die Outlaws sollten uns dankbar sein, dass wir uns so um ihre Wüste gekümmert haben. So. Lass mich raten. Du willst ins obere Viertel, um dort zu handeln oder um mit unserem Warlord Red zu sprechen. Richtig? Ich? Nein? Dann willst du uns bestimmt beitreten. Ich sag dir, was ich auch allen anderen sage. Das obere Viertel ist gesperrt. Und da Red sich dort oben aufhält, wird er dich auch nicht aufnehmen können. Scrappy schickt mich. In der Eisenmine sind alle tot. Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Die Mine ist voller Gas. Eure Arbeiter sind wohl erstickt. Auch das noch. Beim Schwert von Ragnar, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ohne Nachschub aus der Mine können wir keine Waffen oder Rüstungen herstellen. Ja. Das heißt, dass wir eher früher als später von diesen Viechern überrannt werden. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Hier, nimm die Splitter und geh damit zu Scrappy. Gib sie ihm. Wofür? Sag Scrappy, dass er die Splitter nehmen soll, um das in Ordnung zu bringen. Mir egal wie. Warum darf niemand mehr ins obere Viertel? Seit dem Anschlag hat Red den Zugang nach oben stark beschränkt. Dadurch gibt es jetzt sehr viel zu tun für mich. Wenn du quatschen willst, komm mit. Ich muss mich erstmal setzen. Nein. Du wirst erschöpft. Wegen des Anschlags muss ich mich um alles kümmern. Jeder, der uns beitreten will, jeder, der oben handeln will und jeder, der normalerweise zu Red gegangen ist, kommt jetzt zu mir. Und ich stehe hier unten und darf jedem das Gleiche erzählen. Aber erstmal zu dir. Hast du auch einen Namen? Mein Name ist Jax. Ah, du bist der Bekannte von Kaya. Der Bekannte. Mhm. Was genau möchtest du von mir? Oh je, jetzt kommt's. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit, ins obere Viertel zu kommen? Natürlich gibt es die. Red muss dir vertrauen. So einfach ist das. Ich kenne Red von früher. Ich kenne Red von früher. Viele kennen Red von früher. Das hilft dir nicht. Gibt es keinen anderen Weg? Du bist heute bestimmt schon der Zehnte, der mich das fragt. So wie Red für alles eine Regel hat, so hat er sich auch einen Plan ausgedacht, wie man sein Vertrauen gewinnen kann. Hm. Er hat mir die Vollmacht gegeben, Leute ins obere Viertel zu lassen. Unter der Bedingung, dass mindestens einer der anderen Erzberserker dir ebenfalls sein Vertrauen ausspricht. Also stell dich mit Scrappy, Torhild oder Tielas gut. Sie sind die einzigen, die dir helfen können. Wenn du einen von ihnen als Fürsprecher gewonnen hast, komm wieder zu mir. Ich werde dir eine letzte Aufgabe stellen. Meine Aufgabe soll deine Loyalität Red gegenüber testen. Aber erstmal holst du dir einen der anderen Fürsprecher. Alles klar? Solche Aufgaben kennt man, ne? Ich sollte das Fürsprecher aufschreiben und überall im Lager aufhängen lassen. Es gab einen Anschlag? Du warst schon lange nicht mehr hier, oder? Baxter's Leute haben versucht, Red in die Luft zu jagen. Das Risiko, dass dies erneut passiert, können wir nicht eingehen. Baxter's Leute? Deswegen darf niemand mehr ins obere Viertel. Nur ausgewählte Leute dürfen da hoch, richtig. Und das ist ein echtes Problem. Oh nein. Viele hatten dort Geschäfte zu erledigen oder mussten irgendwas mit Red besprechen. Jetzt kommen alle damit zu mir. Die Outlaws haben eine Bombe gelegt. Ja, sie haben es irgendwie geschafft, so ein Ding in den Turm zu schmuggeln. Noch vor kurzem lag dort alles in Schutt und Asche. Dadurch ist Red regelrecht paranoid geworden. Erst hat er die Audienzen gestrichen, dann hat er mehr Wachen abgezogen und schlussendlich den Zugang komplett gesperrt. Was das für das reibungslose Funktionieren des Fours bedeutet, hat er dabei wohl nicht bedacht. Hör mal, wenn es nach mir gehen würde, würde ich dich einfach oben reinlassen. Aber es geht nicht nach mir. So, jetzt lasse ich mich lieber wieder mal draußen blicken. Es dauert bestimmt nicht lang, bis der Nächste kommt, der ins obere Viertel will. Bis dann. Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Gehen wir jetzt erstmal zurück. Ich will auf jeden Fall mal zu den Händlern, will mal die Preise sehen und so ein Kram. Ah, hier können wir auch mal reingucken kurz. Gehen wir mal rüber. Lass dir nicht einfallen, etwas zu klauen. Suchst du was? Das ist das falsche Gebäude. Oder? Hoffentlich gehen uns die Vorräte nicht aus. Das glaube ich nicht. Ja, ich glaube ich habe mich verlaufen. Was ist das hier? Alchemistin. Was? Ich schaue mich nun mal um. Willst du was kaufen? Wenn nicht, habe ich jetzt keine Zeit für dich. Warum so schlecht gelaunt? Nichts gegen dich. Thielers geht mir einfach auf die Nerven. Ich beziehe viele meiner Waren von ihm. Ich glaube, seine Art fängt an, auf mich abzufärben. Ich wollte nicht unhöflich sein. Schaue dich in Ruhe um und sag Bescheid, wenn du etwas erwerben willst. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Natürlich. Kaufenweise Kräuter. Oh, Rezept mittlerer Heiltrank. Oh, davon habe ich es ja. Das ist cool. Brauche ich aber Voraussetzung Chemie. Rezept kleiner Heiltrank. Wasser, rote Blüte. Rezept Gegenmittel. Brauche ich auch Chemie. Herz eines Bergzolls. Verkaufen. Wie viele Tränke habe ich denn überhaupt noch? Kleine habe ich 19. Mittlere habe ich 11. Starke, Mächtige. Ein paar habe ich auf jeden Fall noch am Start. Aber wir können mal gucken. Was ist denn sonst noch so? Restlufthammer. 2. Habe ich da 2 Stück gezogen oder habe ich da mehrere gezogen? Das ist eine gute Frage, ne? Ich kann auf jeden Fall mal hier die Krallen verkaufen. Hier kommen wir auch verticken. 222 Zigaretten. Ja, richtiger Kettenraucher hier. Klebewand. Klebewand. Becher. Das, das. Plastikflasche brauchen wir auch nicht mehr. Lampe. Mikroskop. Für Wissenschaftler sehr interessant. So. Habe ich auf jeden Fall wieder gut Kohle gemacht. Dann war es das. Ende. Die Rezepte, die kann ich mir holen, wenn ich rausgefunden habe, wo Chemie lernen kann. Oh Gott. Was? Ist schon wieder ein Kind. Schnell weg. Nein! Entschuldigen Sie. Würde es Ihnen etwas ausmachen, woanders lang zu gehen? Was? Geh jemand anderem auf die Nerven. Geh jemand anderem auf die Nerven. Sie behindern die laufenden Ermittlungen. Und ein Tatort darf nicht verändert werden. Warum spielst du nicht woanders? Darf ich Sie darauf hinweisen, dass nur der Täter ein Interesse daran haben kann, nicht loszuwerden? Du bist ein ganz schlauer, was? Ich bediene mich lediglich der Logik. Was ist überhaupt passiert? Haben Sie das Blut auf dem Boden nicht gesehen? Ein eindeutiges Indiz für ein Verbrechen. Das stammt sicher von einer Schlägerei. Sie meinen, da haben sich zwei geprügelt? So sieht's aus. Ich muss die Hintergründe und das Motiv klären. Vielleicht komme ich noch einmal auf Sie zurück. Dürfte ich deshalb Ihren Namen erfahren? Nenn mich Jax? 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 Verdächtiger Nummer 3. Alles klar. Jetzt muss ich aber los. Wiedersehen. Hey, wo willst du hin? Alter. Kinder. Mal ehrlich, was sollte das denn jetzt? So, da muss ich runter. Pssst. Was? Bruder. Komm mal rüber. Bruder. Komm mal rüber. Pschmerz. troisième. Jax? Du schnackst. Pschmerz. Pschmerz. Das ist alles.